Hallo, Guido hier von Blockbilders.de und ich will euch heute erklären, was Cardano oder die Kryptowährung ADA oder ADA auf Deutsch eigentlich ist, wo sie herkommt, wo sie sich hin entwickeln will und einfach so einen groben Überblick von oben, damit ihr versteht hinterher, was sich eigentlich dahinter versteckt. Cardano wurde 2015 von Charles Hoskinson gegründet. Das ist einer der Mitgründer von Ethereum gewesen. Es gibt ja eine ganze Reihe Mitgründer bei Ethereum, also auch Vitalik Buterin beispielsweise und eben noch viele andere. Und die Mitgründer haben sich irgendwann zerstritten und die Leute haben unterschiedliche andere Kryptowährungen ins Leben gerufen. Zum Beispiel ist Polka dort von einem der Ethereum-Mitgründer entstanden und eben auch Cardano, was eben Charles Hoskinson gemacht hat. Im Prinzip schon 2015 ins Leben gerufen, die Idee. Es gibt ein relativ bekanntes Video, wo Charles Hoskinson, hier seht ihr ihn selber, es gibt auch einen Wikipedia-Artikel zu ihm, wo er im Prinzip erklärt, was die Idee hinter Cardano ist. Und im Prinzip läuft es da auf drei Punkte hinaus. Also einmal Skalierbarkeit, denn im Prinzip die Verbindung zu anderen Kryptowährungen und zur Finanzwelt und das Thema Nachhaltigkeit. Wenn wir erstmal separat aufschlüsseln. Wir haben im Prinzip bei vielen Kryptowährungen aktuell oder damals auch noch das Problem gehabt, dass sie nicht skalierbar sind. Wir wissen, bei Bitcoin kann man vielleicht maximal zwölf Transaktionen pro Sekunde machen. Eine Visa-Card kann problemlos oder eine Mastercard, die können problemlos und müssen es auch mehrere tausend und teilweise 50.000, 60.000 und mehr Transaktionen pro Sekunde machen. Das heißt, da waren Blockchains zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Und dieses Problem soll halt Cardano lösen und deswegen fällt das Ganze um das Thema Skalierbarkeit. Das andere ist im Prinzip die Verbindung zu anderen Kryptowährungen und zur Finanzwelt. Denn es ist eigentlich noch so, dass die einzelnen Blockchains, die einzelnen Kryptowährungen, ob das jetzt Bitcoin, Ethereum oder was auch immer ist, kaum oder so gut wie nicht miteinander verbunden sind. Atomic Swaps, den Begriff gibt es jetzt schon länger, aber so richtig genutzt wird das auch nicht. Und eben da will Cardano auch ansetzen und eben auch eine Brücke schlagen zu anderen Kryptowährungen und auch nach außen und so zum Beispiel auch der Finanzwelt ermöglichen, Transaktionen auf der Cardano-Blockchain durchzuführen. Und das Dritte ist im Prinzip die Nachhaltigkeit. Und es ist so, dass gerade damals, aktuell wird es ein bisschen besser, aber damals eben die größten Kryptowährungen in Bitcoin, Ethereum und was es alles gibt, im Prinzip auf Proof-of-Work basieren. Und dafür halt gemeint werden muss und dabei halt sehr viel Energie verschwendet wird. Und auch da will Cardano ansetzen mit Proof-of-Stake. Wichtig bei Cardano ist auch noch, dass dort wissenschaftliches Arbeiten im Vordergrund stehen soll. Das heißt, man will sich halt Themen annähern, indem man sie via einer Wissenschaft erforscht und dann auch umsetzt. Deswegen arbeitet Cardano auch mit vielen Universitäten zusammen. Relativ bekannt ist da zum Beispiel die University of Edinburgh, mit der Cardano relativ viel macht. Und Cardano an sich wird das Protokoll genannt. Cardano hat aber auch eine eigene Kryptowährung, die, wie ja schon gesagt, ADA oder ADA genannt wird, je nachdem, wie man es ausspricht. Wir hatten gesagt, dass Cardano auf Proof-of-Stake basiert. Das heißt, es gibt dort kein Mining, wo immer wieder neue Blocks erschaffen werden, die im Prinzip Transaktionen bestätigen, sondern bei Proof-of-Stake funktioniert das so, dass man im Prinzip Kryptowährungen hinterlegen kann und dann werden dadurch Transaktionen bestätigt. Und im Prinzip mit den hinterlegten Kryptowährungen sichert man das ab, dass man das auch richtig bestätigt. Das hat Cardano im Prinzip als Basis und die haben daraus das sogenannte, hoffentlich spreche ich jetzt nicht falsch aus, es ist relativ kompliziert zu sagen, Oboros-Protokoll entwickelt. Das ist im Prinzip ihre Variante von Proof-of-Stake. Und das hat sich im Prinzip so gut durchgesetzt, dass auch andere Kryptowährungen aufgegriffen haben, diese Idee, und darauf im Prinzip ihr Proof-of-Stake aufbauen. Was noch besonders ist bei Cardano, dass sie nicht nur eine reine Kryptowährung sein wollen, sondern es auch relativ viel drumherum gibt. Das heißt, es soll Multi-Assets geben. Das heißt, wie bei Ethereum, wo es diese ERC-20-Token gibt, wird es auch bei Cardano die Möglichkeit geben, eigene Assets oder eigenen Token beispielsweise, um eine Form der Assets zu nennen, auf der Blockchain zu haben und dann im Prinzip unter diesem Cardano-Schirm dort laufen zu haben. Darüber hinaus soll es auch Smart Contracts beispielsweise geben, wie es sie jetzt auch schon jahrelang bei Ethereum gibt. Und damit kann man dann natürlich auch sogenannte Debs, also Decentralized Applications, bei Cardano auf der Blockchain laufen haben. An sich wird die Cardano Foundation von drei Institutionen geführt und gesteuert. Wir haben einmal die Cardano oder Cardano an sich. Wir haben einmal die Cardano Foundation als gemeinnützige Stiftung und die übersieht im Prinzip das gesamte Netzwerk oder Protokoll und vermarktet es nach außen. Dann gibt es Emogo, das ist im Prinzip eine japanische Firma und das soll so das Kommerzielle nach außen darstellen. Das heißt, wenn jemand oder eine Firma was auf Cardano umsetzen will, ist im Prinzip Emogo der Ansprechpartner. Und dann gibt es noch H-O-H-K, also I-O-H-K, Input-Output Hongkong. Dahinter verbirgt sich im Prinzip ein Technologieunternehmen, was im Prinzip Cardano umsetzt. Das heißt, die machen eigentlich die technische Umsetzung des Projektes, während die Foundation eher den Research macht und alles, was darum geht, Cardano nach außen bekannt zu machen. An sich war bei Cardano immer die Idee, eine Roadmap zu haben und diese sukzessive umzusetzen. Das fing alles mal an mit Byron, wo man halt im ersten Schritt eine Foundation aufgesetzt hat. Dann kam Shelley, wo man eben Decentralization gemacht hat. Da kann man jetzt zum Beispiel selber, jeder, der Cardano oder ADA hat, kann da auch staken. Und dadurch ist Cardano mittlerweile relativ dezentralisiert. Und jetzt ist man so, dass man bei Google ist und dort geht es halt um die Umsetzung der Smart Contracts. Und wenn das dann irgendwann geschafft ist, das heißt, Cardano ist aktuell noch nicht so weit, dass sie Smart Contracts haben. Das ist gerade erst alles in der Umsetzung. Dann will man da hingehen, dass man mit Basho oder Basho, je nachdem wie man es ausspricht, skalierbarer werden will. Und nachher will man nochmal an das Thema Governance ran. Das heißt, wir sind im Prinzip von diesen fünf großen Blöcken gerade erst in der Mitte bei der Umsetzung der Smart Contracts. Das ist so im Prinzip das Wichtigste, um erst einen Einblick bei Cardano zu bekommen. Wer die Kryptowährung kaufen möchte, kann das auf verschiedenen Kryptobörsen machen. Wir können uns dazu mal anschauen, wo Cardano beispielsweise gehandelt wird. Ein guter Punkt, um das zu machen, ist immer coinmarketcap.com und dort könnt ihr auf Cardano gehen und seht dann unter Markets, wo im Prinzip die Kryptowährung gehandelt wird. Und seht dann auch, dass im Prinzip Binance der beste Ort ist, um dort Cardano zu kaufen. Also, da gibt es die größte Liquidität, das heißt, ihr habt das größte Handelsvolumen mit Abstand hier sogar 360 Millionen, also ADA im Wert von 360 Millionen US-Dollar wurden in den letzten 24 Stunden da gehandelt. Oder ADA gegen USDT, also gegen Tether und gegen Bitcoin sogar fast nochmal 100 Millionen zusätzlich. Und dann gibt es noch gegen BUSD und so weiter. Das heißt, wenn ihr Cardano kaufen wollt, ist da im Prinzip der günstigste Ort, um das zu machen, da ihr genug Liquidität habt, um gut in die Trades rein- und rauszukommen und dadurch auch immer faire Preise bekommt. Darüber hinaus gibt es bei Binance auch die Möglichkeit zu staken. Es gibt einen sogenannten Cardano Staking Calculator. Das heißt, ihr könnt dort einfach eingeben, wie viel ihr staken wollt, wie viel ADA ihr beispielsweise staken wollt und seht dann, wie viel Prozent ihr kriegt. Ihr könnt das zum Beispiel im Cardano-eigenen der Delios Wallet machen. Verlinke ich euch auch drunten, könnt ihr runterladen und da kann man dann relativ einfach drinnen staken und ihr seht, wenn ihr da delegiert, kriegt ihr etwa 4,6 Prozent. Ich habe das vorher gecheckt, bei Binance gibt es teilweise 9 Prozent, wenn ihr dort stakt. Das heißt, es macht Sinn, sich diesen Rechner mal anzuschauen und mal zu vergleichen, was man im eigenen Wallet hat und was man bei Plattformen wie Binance kriegt. Binance ist eigentlich das attraktivste, gerade wo ich mir das angeschaut habe. Da kriegt man, wenn man das 90-Tage-Stake teilweise 9 Prozent Zinsen drauf. Also die Zinsen sind natürlich per anno, also pro Jahr. Das heißt, die 90 müsste man denn durch 360 teilen, um die Zinsen rauszukriegen, die man für diesen Zeitraum kriegt. Kann man auch nur 30 Tage anlegen, kriegt ein bisschen weniger Zinsen, aber in der Regel ist man immer über diese 4,6 Prozent, die man kriegt, wenn man das selber anlegt im Delios Wallet. Das Wallet verlinke ich euch, denn Ledger gibt es noch nicht für Ledger Live. Da ihr könnt euch aber das sogenannte Yorai Wallet oder ADA Lite Wallet runterladen und könnt dann damit im Prinzip das mit dem Ledger zusammen nutzen. Das heißt, ihr hättet da auch die Möglichkeit, euren Ledger zu nehmen und mit den zwei Wallets, die hier angegeben sind, das zu verbinden und dann das auf dem Ledger zu speichern. Das geht halt nur nicht in der Ledger Live App für alle, die einen Ledger haben. So, das ist das Wichtigste. Ich hoffe, ich konnte euch einen groben Überblick geben, wo Cardano herkommt, wo sich das hinentwickelt, wo man derzeit ist, was das alles mal sein sollte und wo ihr das kaufen könnt und was beim Staking eigentlich Sinn macht. Falls ihr noch Fragen habt, nutzt gerne unten die Kommentare. Wenn ihr das Video hilfreich fandet, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wenn ihr noch kein Cardano oder ADA habt, könnt ihr auch gerne unten den Binance-Link nutzen und ihr spart dabei nochmal 10 Prozent Gebühren, wenn ihr da Cardano kauft und ihr könnt natürlich auch dieses profitable Staking machen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen.